ja willkommen mein Name ist der NeuralP und ich bin bloß euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles ich will immer irgendwie mit Hells auf anfangen das ist so weit von und von einem Projekt fast ein Jahr irgendwie so zockt jedenfalls wir sind in der Kapitel 14 glaube ich ne ja nach Kapitel 14 so schon mal vor ich habe jetzt irgendwie nicht so eine riesige Lust zum aufnehmen deswegen werden die Parts auch deswegen bin ich auch froh dass anscheinend hier nur Cutscenes kommen und ich nicht so viel actionmäßig zu tun habe wahrscheinlich werden die Parts auch ein bisschen kürzer sein aber ich wollte wenigstens ja ein zwei Parts raushauen damit irgendetwas mit diesem Projekt passiert aber dafür hat die Parts so ein bisschen kürzer werden entschuldige ich mich jetzt schon mal Entschuldigung jedenfalls wir sind jetzt beim Parting Ways Report glaube ich da steht da Parting Ways Suspicion Bams Suspicion Verdacht ja genau ne doch ne Suspection keine Ahnung wartet kann ziehen du sprichst unten auf ich ein verdammt kurzer Part techo ich möchte es absichern kleise Was hast du gesagt, dass du diese Analyse die Analyse geholfen hast? Ja, ich habe diesen Analyse geholfen, aber... ...dass die Analyse aus dem Analyse, die mit den Analyse der Analyse geholfen haben, was er ein Analyse aus dem Ghalen der Analyse geholfen. Ja, das stimmt. Obwohl Alessia ist in der Gariah-Gun. So, hast du die Begründung gemacht? Ja. Das ist... Wer ist das? Ja. Es war der Fall, dass ich den Ranzer und Schäuhe verabschiedete, dass ich den Ranzer und Schäuhe verabschiedete. Was? Faldio? Ist das nicht falsch? Ich habe einen Ranzer-Scherl, die Schäuhe zu verabschieden. Ich habe es auch ein Tank Commander. doch noch die 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 das das war ja ja okay dann stellen wir ihn mal zur rede nehme ich an weil er warum hat er überhaupt gemacht und wissen wir doch nicht na was findet der gewehr nehme ich an kundin 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 und sagt mich ja irgendwie ein tagebuch geführt ab kümel ab ab kaku sch kuhnoo no seh ni da shit watas no kezlone so mo mo no kek war kanojo dais to tomo ni otozreta barriere su施� deのできもと da Das war's für mich. Wann war er denn? Wann? Wann war er ein sehr schönes Lagnite-Bundes? Wann war er mit dem Lagnite-Bundes? Und die Valkyria-Bundes? Wann war er denn? Wir haben die Darksons abgestempelt für all das, was die Valkyria zerstört haben. Die Geschichte wurde durch den Schauspieler geschrieben. Die Valkyria-Bundes? Die Valkyria-Bundes? Die Valkyria-Bundes? Die Valkyria-Bundes? Die St क prin Beel aye deem? Die Valkyria haben sich schwer zu incredibly nerven. Die Valkyria-Bundes? Wann host eine Angst zu犯, wenn man se die Zeit in derchangingung Weise hat. Das war's für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich die Geschichte wiederum bin. Ich habe mich von Valkurier aus dem Hochschule in der Universität der Universität der Universität der Universität. Die Valkurierer sind die Kraft der Lugnit und die Kraft der Lugnit. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Ich kann nicht sagen, was sie mit einem Lagen das Lagen aus dem Lagen aus dem Lagen zu Österreich. Aber das ist nicht so, dass es nicht so, dass die Lagen des Lagen des Lagen des Lagen des Lagen ausreichendem Wartens zu kommen. In der Nase der Nase der Nase, wir haben den Valkurien die Stärke des Lagen durch die Valkurier. Ich habe keine Zeit für mich. Ich habe einen Schlagzeug. Ich habe einen Schlagzeug und einen Schlagzeug. Ich habe einen Schlagzeug und einen Schlagzeug. Ich hatte dich zu wenigstens, aber ich habe in dem Moment schon so schwer, dass ich mich mit einer neuen Freundin habe. Ich habe mich, mit einer anderen Freundin geschlossen. Aber ich habe mich, aber ich habe noch gewusst. Ich habe mir das alles, was ich mit ihm bekommen. Okay, der allerletzte Satz. Hätte er den nicht gesagt, dann wer hat vielleicht noch... Fahldion? Wo ist Fahldion? H-haha! Ich habe ihn vorhin bezeichnet, und ich bin weg! Naja, die Darksons mehr oder weniger verächtet haben und das ganze Land, was eigentlich die Darksons laut Rosi gemacht haben. Alles, was die Valkyria gemacht haben, ist alles auf die Darksons geschoben. Ja. Dadurch wurden sie, die Valkyria zu Göttern und die Darksons zu Fasten... Ja. Voll die Ärsche, irgendwie. Okay. Da sieht man schon, die beiden treffen sich. Konfrontation. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt fliegen die Fäuste. Wacken, wer fehlt mit Käfer? Fahldion. Ich möchte ein paar Dinge erzählen. Was ist das für Alicia? Ja. Ich bin. Warum? Warum hast du den Bericht nicht gelesen? Das ist für Garia. Ich hoffe, es ist für dich. Ich frage mich, wenn du ihnen sagst, wir müssen es gewinnen. Wenn du nur die Räufe von Agricia nicht hast, wenn du nicht darauf wirst, wenn du nicht aufgerechtest, Garia war sicher, dass es zu schweig. Das ist... Das ist nicht das jetzt. Das ist alles zu sehen. Das ist das, was der Zeit zu sehen. Das ist das, was du sehen. Wenn du in den ZDF für zwei Göttern durchstecken, man kann die Göttern nicht mehr leben? Ich werde das Kiel für dich. Wenn du die Alishia und die Valkuliere bist, dann wird das Kiel gegen den Gharia gewählt. Nein! Ich werde das Kiel für die Kraft haben. Ich werde das Kiel für die Kraft haben. Ich werde das Kiel für die Kraft haben. Das ist das. Ich werde das Kiel für die Kiel für die Kiel für die Kiel. Und ich weiß, dass ich die Antwort nicht mehr verstanden habe. Ich weiß auch, dass ich die Antwort nicht mehr verstanden habe. Aber ich weiß, dass ich die Verlust der Freunde mit einem Mann verletzen kann. Ich habe die Verlust von Fardio und die Verlust von Ferdion verletzt. Und ich habe die Verlust von der Verlust von 24 Stunden verletzt. wenn jemanden geschlagen hat nur noch auf abstand von falio 15 die stelle land da hier mal was er ja geil gehrlangen ja okay mit der stadt können wir auch mal über machen welche wiesen hat ich würde sagen dass es doch jetzt länger geworden als ich gedacht habe vierte minuten und lässt sich doch sehen ja ich würde dann schon mal sagen wir sehen uns in der nächsten folge für Let's Play Valkyria und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss